Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie muss ich ihr begegnen? Darf ich ihr die Hand geben? Was mache ich, wenn sie mir die Hand nicht geben möchte? Ob ich nochmal schnell die Däumatschal fragen sollte, wie ich mich verhalten muss? Nicht zu wissen, wie sie sich verhalten sollen, kann verunsichern. Der Wunsch nach einem Rezept kann groß sein. Ihr Gegenüber ist aber immer ein eigenständiges Individuum. Seien sie offen für unterschiedliche Verhaltensweisen und versuchen sie sich möglichst nicht verunsichern zu lassen. Frau Dawudi? Herr Goldmann? Hallo. Was für ihr Gegenüber passend ist, können sie nur herausfinden, indem sie es ansprechen oder ausprobieren. Verhalten sie sich also möglichst so, wie es für sie normal ist. Seien sie aber darauf gefasst, dass die Reaktion unerwartet ausfallen kann. Wenn es für sie wichtig ist, den Hintergrund für ein bestimmtes Verhalten zu kennen, fragen sie lieber direkt ihr Gegenüber als den Dolmetscher um seine Meinung zu bitten. Trauen sie also weder den kulturellen Klischees in ihrem eigenen Kopf, noch denjenigen im Kopf des Dolmetschers. Nehmen sie ihre Rolle professionell wahr und seien sie darauf gefasst, dass Menschen sich ganz unterschiedlich verhalten können. Wie stellen sie sich ihre Beruf hier zukünftigen vor? Wenn sie ihre Arbeit und ihre Arbeit nicht sehen, können sie sich nicht verhalten können. Ich habe viele Erfahrungen gemacht, weil sie sehr viel Erfahrungen gemacht haben. Ich bin in der Iran. Ich liebe meinen Beruf und ich will, dass sie hier auch weiter ausüben wollen. Okay. Ich bin in der Iran.